Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar beantworte ich in dem Video wieder ein paar Fragen von euch, die ihr mir gestellt habt, weil ich momentan halt keinen PC habe oder zumindest keinen guten PC und damit kein Minecraft aufnehmen kann. Dann würde ich sagen, sind wir uns bei der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Alex Schalef und der fragt, Hashtag fragt Ausländer, wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt, das wissen glaube ich die meisten, aber trotzdem wollte ich die Frage nochmal nehmen, weil die zwei oder dreimal gekommen ist. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Die kommt vom Throwpads und der fragt, Hashtag fragt Ausländer, Laptop oder PC? Also für mich ist eindeutig der PC besser, weil der meistens besser ist und hat vom Preis her günstiges, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So, dann kommen wir zur dritten Frage. Die kommt vom It's Aranox, Hashtag fragt Ausländer, kannst du mal Release deine Minecraft-Settings releasen? Meine Minecraft-Settings könnte ich gerne mal releasen. Momentan habe ich meinen PC eben nicht und dann kann ich meine Minecraft-Settings auch nicht releasen, aber trotzdem danke für die Frage und dann sehen wir uns bei der nächsten Frage. Und die nächste Frage kommt von Martlex, der fragt, Hashtag fragt Ausländer, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist momentan Döner, weil Döner einfach geil ist, keine Ahnung. Und dann, ja, kommen wir auch schon zur vorletzten Frage, kommt vom Yeezy-Camper. Hashtag fragt Ausländer, darf man dich auf GOM melden? Und Leute, ihr dürft mich gerne auf GOM melden, da überfreue ich mich sehr, aber leider kann ich einfach im Moment einfach keinen mehr annehmen, weil meine Friendlist so gut wie voll ist. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon bei der letzten Frage und das kam von Shining Manu und der fragt, Hashtag fragt Ausländer, darf ich das Video beenden? Und ja, du darfst das Video beenden und dann würde ich auch sagen, damit über das Video. Lass eine positive Leistung da, wenn euch das Video gefallen hat. Sorry, dass jetzt so lange wieder keine Videos kamen, aber ich schaue, dass ich mehr Videos machen werde. Dann schau bis zum nächsten Mal.